Hi, schön dass du da bist. Die Fragestellung dieses Videos lautet, wodurch zeichnet sich eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung aus? Als Vorwissen solltest du die Videos zur Geschwindigkeit und zur Beschleunigung gesehen haben. Wissen aus dem Video zur gleichförmig geradlinigen Bewegung kann zum tieferen Verständnis hilfreich sein. Alle diese Videos findest du auf ivy-education.de. Betrachten wir zum Einstieg eine Tennisspielerin. Diese Tennisspielerin hält in der Höhe von 1,20 m ein Tennisball in ihrer Hand. Und diesen Ball lässt sie nun einfach mal los. Während der Ball nun herunterfällt, machen wir mit unserem Smartphone alle 0,07 Sekunden ein Foto von dem Ball. Nach ca. 0,49 Sekunden erreicht dann der Ball den Boden. Beim Herunterfallen des Balls kann man schon mit bloßem Auge erkennen, dass der Ball nicht mit gleichbleibender Geschwindigkeit herunterfällt. Das Tempo des Balls erhöht sich während des Fallens. Am Anfang fällt der Ball noch recht langsam und dann wird er immer, immer schneller. Betrachten wir immer gleiche Zeitabschnitte, erhöht sich das Tempo immer um den gleichen Betrag. Für unseren Ball bedeutet dies ganz konkret, dass dieser alle 0,07 Sekunden um 0,7 m pro Sekunde schneller wird. Also nach 0,07 Sekunden ist er 0,7 m pro Sekunde schnell. Nach weiteren 0,07 Sekunden, also dann insgesamt 0,14 Sekunden, ist er 1,4 m pro Sekunde schnell. Und das geht dann so weiter, bis er auf dem Boden auftrifft und letztlich tut er das nach 0,49 Sekunden und ist dabei 4,9 m pro Sekunde schnell. In solch einem Fall, wenn ein Körper in gleichen Zeitabschnitten seine Geschwindigkeit immer um den gleichen Betrag ändert, sprechen wir von einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung. Man kann also allgemein festhalten, dass die Beschleunigung bei einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung in jedem Fall konstant ist. Veranschaulichen wir uns das Ganze an einem Tempo-Zeit-Diagramm. Im Tempo-Zeit-Diagramm ist immer das Tempo über die Zeit aufgetragen. Und man kann nun hier relativ gut erkennen, dass in gleichen Zeitabschnitten das Tempo immer um den gleichen Betrag zunimmt. Das heißt, das Tempo nimmt alle 0,07 Sekunden um 0,7 m pro Sekunde zu. Wie man außerdem erkennen kann, ist die Steigung des Graphen an jeder Stelle die gleiche. Die gleichbleibende Steigung des Graphen hier im Tempo-Zeit-Diagramm zeigt an, dass die Beschleunigung konstant ist. Sprich, die Beschleunigung ändert sich zu keinem Zeitpunkt. Um die konstante Beschleunigung zu bestimmen, bestimmt man dann einfach die Steigung des Graphen, beziehungsweise man behilft sich mit der Formel für die Beschleunigung. Und diese lautet, die Beschleunigung ist gleich die Änderung des Betrags der Geschwindigkeit pro Zeitdauer. Die Änderung des Betrags der Geschwindigkeit ergibt sich aus der Differenz von End- und Anfangstempo. Konkret in unserem Beispiel heißt das, dass das Endtempo 4,9 m pro Sekunde beträgt. Und unser Anfangstempo beträgt 0 m pro Sekunde. Die Differenz von End- und Anfangstempo ist in diesem Fall relativ leicht zu berechnen. Die Änderung des Betrags der Geschwindigkeit ist 4,9 m pro Sekunde. Die gemessene Zeitdauer ist ebenfalls leicht festzustellen, denn sie berechnet sich aus End- und Anfangszeit. Letztlich ergibt sich also einfach 0,49 Sekunden für die Zeitdauer. Dividiert man nun die beiden ermittelten Werte, 4,9 m pro Sekunde durch 0,49 Sekunden, so erhält man die Beschleunigung des Balls. Und dies sind 10 m pro Sekunde zum Quadrat. Mithilfe unserer Formel haben wir also nun die Beschleunigung des Balls und damit die Steigung des Graphen in unserem Tempo-Zeitdiagramm bestimmt. Als Zeitabschnitt hatten wir den Bereich 0 Sekunden bis 4,9 Sekunden gewählt. Und das ist in diesem Beispiel auch sehr logisch. Man hätte nichtsdestotrotz aber auch einen anderen Zeitabschnitt wählen können und wäre zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Sprich, wenn wir zum Beispiel die Beschleunigung innerhalb der Zeitspanne von 0,21 Sekunden bis 0,28 Sekunden berechnen wollten, gehen wir genauso vor. Zunächst bestimmen wir die Zeitspanne. Diese ist 0,28 Sekunden minus 0,21 Sekunden. Dies ergibt eine Zeitspanne von 0,07 Sekunden. Und dann bestimmen wir noch jeweils das Anfangs- und das Endtempo dieser Zeitspanne, nämlich 2,1 m pro Sekunde und 2,8 m pro Sekunde. Die Differenz von Endtempo und Anfangstempo ist dann 0,7 m pro Sekunde. Dividiert man nun wieder Zähler und Nenner des Bruchs, so erhält man wieder 10 m pro Sekunde zum Quadrat. Und das ist ja durchaus auch logisch, weil die Steigung ja an jeder Stelle in unserem Graphen identisch ist. Nun, da wir nun also wissen, dass zu jedem Zeitpunkt die Beschleunigung 10 m pro Sekunde zum Quadrat beträgt, kann man dies in einem Beschleunigung-Zeitdiagramm veranschaulichen. In dem Beschleunigung-Zeitdiagramm ist die Beschleunigung über die Zeit aufgetragen. Zu jedem Zeitpunkt beträgt die Beschleunigung, wie gesagt, 10 m pro Sekunde zum Quadrat. Die Beschleunigung ist damit konstant und die Steigung des Graphen 0. Vergleichen wir noch zu guter Letzt die gleichmäßig beschleunigte Bewegung mit der gleichförmigen Bewegung, um unser Wissen noch zu vertiefen. Während die gleichmäßig beschleunigte Bewegung sich durch eine konstante Beschleunigung auszeichnet, die sich mithilfe der Formel für die Beschleunigung berechnen lässt, findet bei einer gleichförmigen Bewegung gar keine Beschleunigung statt. Da bei der gleichförmigen Bewegung nicht beschleunigt wird, bleibt auch zu jeder Zeit das Tempo konstant. Anders verhält es sich bei der gleichmäßig beschleunigten Bewegung. Hier besteht aufgrund der konstanten Beschleunigung ein linearer Zusammenhang zwischen Tempo und Zeit. Okay, stoppe nun das Video und fasse das Wichtigste in ganzen Sätzen zusammen. Fassen wir zusammen. Bei einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung ist die Beschleunigung konstant. Die Zunahme des Tempos, sprich der Beitrag der Geschwindigkeit, ist in gleichen Zeitabschnitten gleich groß. Die Beschleunigung bei einer gleichmäßig beschleunigten Bewegung lässt sich über die Differenz von End- und Anfangstempo dividiert durch die Zeitspanne berechnen. Okay, wenn du nun alles verstanden hast, dann weißt du, wodurch sich eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung auszeichnet. Solltest du noch unsicher sein, könntest du das Video erneut schauen, Übungsaufgaben machen oder jemanden fragen, der dir helfen kann. Im Video zur Gewichtskraft kannst du dein Wissen zur gleichmäßig beschleunigten Bewegung vertiefen. Auch gibt es weiterführende Videos zur Berechnung von Strecken und Geschwindigkeiten bei gleichmäßig beschleunigten Bewegung. Alle diese Videos findest du auf ivy-education.de